Wir spielen jetzt ein Stück, was nur mit dem Buchstaben G beginnt. G! Können wir noch nur Soufflöse haben? Soufflöse? Übernimmt ja auch. Kann auch ein Bild sein? Ja, nicht auf der Unterstieg. Ach, hier! Du Flöse! Na, hier noch ein Rader, bitte, ja. Na, hier gibt mir den Zettel. Ach, geben wir euch doch hier. Wie geht hier? Das Stück, was nur mit dem Buchstaben G beginnt. Haben wir einen Gong hier irgendwo? Gong? Gong! 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 Bing! Gut gegong, krass! Bing! Wie Flöse? Wie geht der dem Mann? Nein, Peter, mal ne Würfelrolle! Ich suche deine Hand durch! Tja! Das ist eigentlich gut gewesen! Nochmal, bis du noch fachst! Ommmm! Gut gegong, Graf! Geliebte Gisela! Geliebter Gregorius! Günstige Gelegenheit! Gante Gink! Und Sonntag! Geschäftsreise! Groß Gerau! Gutsachen! Gutsachen! Gut Geldgebend! Genau! Getränke fällig! Gern! Glasbrock! Gern! Gerade Gewürzgurke gegessen! Gern! Glasbrock! Günstig! Gerade Gewürzgurke gegessen! Glasbrock! Gern! Gerade Gewürzgurke gegessen! Glasbrock! Gieß! Gieß! Gieß Giesela! Fürs Gesundheit! Gieß! Gesundheit! Rot! Gleichschwarz! Gutes Gesäufe! Gutes Gesäufe! Glebt! Wirklich! Gewiss! Gewiss! Glut! Ganz gallig! Glut! Glut! Glühende Glut! Glühende Glut! Geht ganz gut, gell? Nein! Gemeines Gesinde! Gemeines Gesinde! Gemeines Gesinde! Genug gesehen! Große Gemeinde! Gerade Gewürzgurken geplaudert! Gerade Gewürzgurken geplaudert! Und das Grasstrommel gelesen! Geredet! Gerade Gewürzgurken geplaudert! Gerade Gedrucktes gelesen! Und das Grasstrommel! Glaube gar nichts! Greife Gewehr! Was heißt du? Gnade Gnade Gnade! Geh, Götzscher Götzscher Gemetzte geplant! Giganore! Grüß Gott! Geh, Götzscher Gesäß getroffen! Das war's! Götzscher Magnesium, Calcium Magnesium? Das geht doch noch! Ich dachte, da wäre Hopfen drin oder Malz! Chloridsulfan! Magdalene ist auch immer ein dankbares Motiv! Du wärst schon für mich ein Motiv! Warum? Ich würd schon... Du wirst dich gerne anschauen! Ja, du wärst schon Motiv! Zoom nicht zu sehr handig! Es ist nicht meine Kamera, ich probier nur so ein bisschen aus! Wem hört ihr denn? Das ist von Hartmut! Der hat ein tolles Ding doch! Das hat ja ganz neu! Ja, das gibt ja wohl! Aber hör auf zu viel, sonst muss ich dir ja wieder so viel rausschneiden! Ja! Ach so! Malen, du hast dich so schön kümmern! Ja! Und ich war auch Magdalene nicht Magdalene nicht Magdalene! Das ist Magdalene nicht Magdalene! Ich hab mir eben ganz schön aufgelaufen bei Magdalene! Ich hab mir auch schon drauf! Die wollte nicht Magdalene nicht Magdalene! Du meinst Magdalene wollte nicht Magdalene! Ja! Das ist ja auch richtig! Ganz andere Namensherkunft! Ja! Maria und Helene! Genau! Ich hab ja gesagt, sie wär die Brücke der christlichen Maria und der griechischen Mythologie! Helene! Oh mein Gott! Die griechische Göttin! Ja! Ja! Genau! Magdalene! Woher ist der Oma? Maria Magdalene! Die Büßerin! Die Büßerin! Die Büßerin! Die Büßerin! Ja! Ja! Aber es tat ja gar nicht leid, dass du so umgegangen ist! Jetzt hör mal Günther! Das hört doch schlecht! Oh ja! Hallo Günther! Hallo Günther! Hallo Günther! Den Applaus jetzt so haben können! Ja! Das ist ein dicker! So! Machen wir mal die Plätze wieder weg! Machen wir mal hier! Gucken wir mal hier! So! Was haben wir hier aus? Wir sagen wir mal hier mal! Wir sagen wir mal hier mal! Wir sagen wir mal hier mal hier mal! Wir sagen wir mal hier mal hier mal hier mal! Ah! Das ist ja nur... Das ist doch einfach verdient! Ja! Ja! Das ist doch auch echt! Das ist doch ein bisschen ... Nein! Wenn der noch ein bisschen Murmonds spielen gleich! Wie wie! Murmonds spielen gleich! Wurmonds spielen gleich! Ja! Wie in dem Wand? Du musst erst nur ein Loch machen! Das ist gar nicht los! Das macht echt Spaß mit der Kamera. Ich möchte noch gerne wissen, wie toll die war. Wie erstmal den Besitzer filmen. Hartmut. Was hat die gekostet? Du brauchst jetzt nicht in die Kamera rein zu sagen. Du kannst mir so andauern. Ich mach mal. Schau mal ab. Schau mal ab. Ich hab die Schalken immer ab. Die war in der Nähe, die für 440, ich weiß nicht, wie viele hundert Flüge erzielen darf. 300, denke ich mal. Ja, gleich. Aber die kannst du natürlich jetzt auch an die Flüge noch hoch machen. Einzelbild. Ja, ja. Einzelbild. Du kannst. Ja. Vor allem siehst, hier ist gut genau, was du aufnimmst. Aber sofort, guck mal da durch. Wie im Fernsehen. Wie im Fernsehen. Wie im Fernsehen. Siehst genau, was du aufnimmst. Manche Fernsehen auch andersrum drehen. Wo ist der Ein-Euro-Laden in Menden? Wie im Fernsehen? Ja. Ja. Zwei Euro verkaufen. Ja. Das wäre doch eine Geschäftsidee, ne? Ich sollte auch nicht gar in Geschäfte machen. Ich würde einfach nur einen schönen Abend verbringen. Aber du hättest schon. Ich wohne aber jetzt schon lange in Münster im Senden. Die waren schon zuerst hier. Und da waren wir ja klar, was willst du den Leuten schenken? Ja. Die Batterie ist leer. Steht das da? Ja. Bringt das schon? Ja. Nachher ist ein Kram. Lass uns mal gucken, wie ich verpässt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Günter, grüß von hinten. Günter, ich wusste geil, dass du immer von hinten grüßt. Man soll nicht einen schlafenden Hund werfen. Willi ist auch immer ein dankbarer Objekt. Willi, wir waren noch... Mittelsstraße sind wir immer rauf und runter gelaufen. Gerhard, Willi und ich waren nichts los. Sonntags immer rauf und runter. Wie wir das Auto der Porto machen, oder? Warum? Das Auto. Das wird doch wohl nicht gehen, oder? Eben. Fahren. Ah, Leni. Yes. Gern? Yes, yes. Willi, ich bin okay. Ja, aber was? Leni. 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 Das ist die erste Woche in den nächsten Jahren Juli. Da nimmt mir mal nichts vor. Dann nimmt mir mal nichts vor. Oh, ich hab da ein Gän gerade vor. Ich denke immer, ich sage Schwestern. Ja. Du und Loni werdet Schwestern. Das kann ich auch nicht sagen. Aber ich sage Schrägerin, oder? Loni. Auch nicht. Noch nie nach Schrägerin? Nein. Aber ich glaube nicht. Leni. 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 Ist das jetzt mit Tod? Ja. Ich hab sowas. Leni ist auf dem Aufbruch. Leni ist im Aufbruch. Leni ist im Aufbruch. Leni ist im Aufbruch. Leni. 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 Bleiben brabe Menschen? Wir versuchen es. Achso. Wie ist das denn, Peter? Wie geht das denn? Ganz ja immer wieder. Warte! Wo hab ich meiner denn überhaupt? Egon, du hast mir nämlich ja keinen mitgegeben. Ich hab irgendwie schon keinen mitgekriegt. Hast du eingestellt? Danke. Noch ein paar Pferde? Du warst hier hier, Peter. Jetzt macht das Ding erstmal aus.